Lässt sich das Smartphone im Kampf gegen die Blindheit verwenden? Wofür Dr. Maximilian Wintergerst das Smartphone verwendet? Jetzt im Video. Viel Spaß! Die diabetische Retinopathie ist eine Erkrankung der Netzhaut, die unbehandelt eine häufige Ursache für Sehbehinderungen ist und auch zur Blindheit führen kann. In Deutschland haben wir bei unseren Augenärzten sehr gute Diagnosemöglichkeiten. Doch schauen wir einmal nach Südindien, dann sieht das Ganze hier schon etwas anders aus. Jeder zehnte Mensch ist hier zuckerkrank und davon leidet ungefähr jeder dritte an der sogenannten diabetischen Retinopathie. Du wirst es dir schon selber denken können, ja, in Südindien sind die Diagnosemöglichkeiten leider nicht ganz so hervorragend wie hier in Deutschland. Deshalb hat sich Dr. Maximilian Wintergerst von dem Universitätsklinikum Bonn in Kooperation mit dem Sankara Eye Center in Bangalore auf den Weg gemacht, ein kostengünstiges Screeningverfahren zu testen. Insgesamt nahmen an dem Screening 200 Patienten mit Diabetes teil. Die Kamera des Smartphones wurde dazu benutzt, um in das Auge hineinzusehen. Hier kannst du das Beispielbild des Augenhintergrundes mittels eines umgerüsteten Smartphones sehen. Auf dem bewusst zum Augenhintergrund scharf gestellten Bildbereich, du siehst ihn in der Mitte, ist der gelbliche Sehnervkopf mit daraus austretenden Gefäßen und umgebender Netzhaut zu erkennen. Der Arzt der Augenklinik des Universitätsklinikums Bonn sagt, der erhöhte Zuckergehalt im Blut bei Diabetes schädigt kleine Blutgefäße im Auge, unbehandelt eine Gefahr für die Sehkraft. Da aber viele Menschen in Indien nur schwer Zugang zu einer medizinischen Versorgung haben, wäre ein erschwingliches und ein leicht durchführbares Screeningverfahren zur Früherkennung sehr hilfreich. Die Umrüstung des Smartphones ist für weniger als einen Euro möglich. Dazu haben Augenärzte des Sankara Eye Center in Bangalore ein kleines LED-Licht ganz dicht an der Kamera des Mobiltelefons platziert. Dr. Wintergerst sagt, zusätzlich zu dem Smartphone brauchen Sie nur eine LED, eine Batterie und ein Klebeband für etwa 50 Rupien, also weniger als einen Euro. Die Lösung ist schnell und einfach zusammengebaut, sodass geschultes, nichtärztliches Personal fernab eines medizinischen Zentrums Aufnahmen von einer Netzhaut machen kann. Ein Augenarzt kann dann die Bilder später auswerten. Auf der Reise durch Südindien wurden 2000 Aufnahmen der Netzhaut gemacht, 400 Augen untersucht und 13 Screening-Camps eingerichtet. Dr. Wintergerst freut sich, dass ein kostengünstiges Screeningverfahren gefunden wurde. Es hat das Potenzial, die Situation von Menschen mit Diabetes in Gegenden mit unzureichender medizinischer Versorgung wie in Indien oder aber auch in Afrika erheblich zu verbessern. Das Smartphone wird hier im Kampf gegen die Blindheit eingesetzt. Was kennst du noch im Bereich der Medizin und Gesundheit für Möglichkeiten, wofür man das Smartphone einsetzen kann? Schreibe es doch unten in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns gerne einen Like da, abonniere den YouTube-Kanal oder besuche uns auch auf www.neodoc.de. Alles Gute für dich! I I Bis zum nächsten Mal.